Zwei Ammerländer Betriebe gehören seit Dienstag deutlich sichtbar zu den besten Milcherzeugungsbetrieben in Niedersachsen. Herbert Haien, Vorstand der Landesvereinigung der Milchwirtschaft in Niedersachsen, überbrachte mit zahlreichen Gästen aus Landwirtschaft und Politik die Schilder, die die Höfe der Familie Gerdes im Bad Zwischenahn und Bollmann in Wiefelstädte als Top-Betriebe ausweisen. Der von Hella Gerd und Eike Gerdes sowie Jana Klokgeter in Helle betriebene Hof war die erste Station. 65 Kühe stehen dort im 2014 gebauten Boxenlaufstall und werden von einem vollautomatischen Melkroboter gemolken. Wann, entscheiden sie selbst. Mit dem Milchlandpreis Die Goldene Olga werden Höfe ausgezeichnet, die die nachhaltige Ausrichtung der niedersächsischen Milchwirtschaft besonders gut nach außen repräsentieren. Familie Gerdes belegte bei der ersten Teilnahme Platz 5. Familie Bollmann konnte sich unter 8500 Milchviehbetrieben in Niedersachsen in den Top-15 platzieren. Untertitelung des ZDF, 2020